hey kinder ich grüße euch hier von meiner waschküche ich bin gerade am meine wäsche aufhängen und das coole ist egal wo wir sind überall ist jesus mit uns und ich habe gerade einfach lieder zu ihm gesungen und mir ist bewusst geworden wow wie krass jesus liebt mich und ich musste grad ich war gerade so überwältigt und ich wollte euch einfach mitgeben hey wo ich noch ein kleines kind war wo ich noch jung war ich habe zwar viele bibelgeschichten gehört aber mir war nie bewusst dass jesus lebt und dass ich jesus begegnen kann schon hier und jetzt und in dem lied es gerade gesungen habe ging es darum he is alive he is alive das heißt jesus lebt jesus ist erfahrbar und jesus liebt uns ich möchte einfach mitgeben heute hey ja wartet nicht darauf bis irgendwas passiert sondern redet mit jesus und sagt ihm dass ihr ihm lieb habt und dass ihr ihm begegnen wollt weil er möchte euch begegnen er liebt euch so sehr und ich bete jetzt einfach dass wenn du das gerade anschaust hey dass du erfahren kannst dass jesus dich liebt dass du das dass es real für dich wird und dass du merkst hey ich kann eine beziehung haben mit dem schöpfer von himmel und erde der mich gemacht hat und er mich liebt hey jesus wo er geliebt hat gesagt lass die kinder zu mir kommen und so bete ich auch dass wenn du das jetzt siehst dass du zu jesus kommen kannst und du seine liebe erfahren darfst hey liebe grüße hier aus der waschküche ich wünsche einen schönen tag und vergisst nicht hey es gibt nichts besseres als jesus zu kennen und mit ihm unterwegs zu sein seid gesegnet kinder ciao ciao genial ich finde es so cool hey kinder wenn du jetzt wieder zugeschaut hast hey seid ihr einfach bewusst egal wo du bist jesus ist bei dir überall wenn du in der schule sitzt wenn du im kindergarten bist wenn du zu hause bist wenn du am schlafen bist hey wenn es dunkel ist wenn du im bus hockst im zug egal wo jesus ist bei dir und du kannst mit ihm reden er spricht zu dir du kannst zu ihm sprechen und er ist erfahrbar hey nimmt es heute mit egal wo macht ihr bewusst jesus ist jetzt da habt einen schönen tag ciao ja 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 Untertitelung. BR 2018